Die beiden Damen hier wünschen allen da draußen frohe Weihnachten, dem schließe ich mich natürlich an. Habt schöne Weihnachtsfahltage und hoffentlich könnt ihr euch an dem erfreuen, was ihr habt. Das, was ihr habt, ist hoffentlich viel und das ist ganz egal in welcher Art und Weise. Und immer dran denken, die Folgen aller Taten und Entscheidungen haben Konsequenzen. Wähler, Weise oder wahlweise mit Bedacht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020